glück auf meine kumpel malocher riesennachricht ruben schröder verlässt unseren verein ich bin total schockiert ich verstehe das nicht ruben schröder wird den verein mit supportiger wirkung verlassen das hat persönliche gründe verein hat es bereits auch bitter bestätigt das offiziell das ist jetzt kein fake oder sowas und ich begreife einfach nicht das war unser manager mit dem wir aufgestiegen sind unser sportdirektor er hat unseren ganzen kader hingestellt jetzt haben wir keinen trainer mehr kein sportdirektor mehr und sind auf dem letzten tabellenplatz ich weiß nicht wie das ganze noch in eine gute richtung gehen soll mehr infos habe ich aktuell auch nicht schau mal dass ich jetzt ein paar infos bekommen werde ich denke dass wir heute abend live darüber sprechen können riesen schock für mich gerade schreibt mal rein was ihr darüber denkt